Bei ihnen hängt der Haussegen schief. Mit über 1000 Liedern auf 32 Studioalben und mit mehreren Greatest Hits Alben hat sich Heino, 84, einen festen Platz im deutschen Musikgeschäft gesichert. Immer an Heinos Seite ist dabei seine Ehefrau Hannelore. Seit über 44 Jahren gehen die beiden schon gemeinsam durch die Höhen und Tiefen der Karriere des Sängers. Sein neues, freizügiges Musikvideo sorgte jetzt jedoch für mächtig Ärger. Für seinen neuen Ballermann-Hit Zehn nackte Friseusen produzierte der 84-Jährige ein ziemlich aufreizendes Musikvideo, in dem mehrere leicht bekleidete Frauen und Männer um ihn herumtänzeln. Ein Anblick, der Hannelore gar nicht gefällt. Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt. Ich habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat, äußerte die 81-Jährige gegenüber Bild. Diese Aussage wollte eine der Musikvideo-Frisörinnen nicht auf sich sitzen lassen. Lisa Klemp, die vor kurzem noch bei Bauersuchtfrau international zu sehen war, richtete sich direkt an Hannelore. Heino ist ja kein kleines Kind mehr, der sich von seiner Hannelore sagen lassen muss, dass nur eine Lisa hier die Ehe kaputt macht. Das ist ja kein kleines Kind mehr.